Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Anno2005. So, wir machen jetzt hier gerade eine Mission, wo wir diese Drohne benutzen müssen, um Kisten zu sammeln. Ja, ich weiß. Ich versuche gerade, die Grafen entsprechend zu suchen. Super, jetzt? Ja, super. Also ganz klar, wenn die Drohne uns in die Wand reinlotsen. So, Zeitrohne vor noch? Ja, Zeitrohne vor noch. Okay, jetzt müssen wir hier sein. Bestätigt. Nee, oder? Ist auf der anderen Seite der Insel. Unglaublich. Hä? Was? Wie? Wo? Volle Kraft voraus. Äh, Moment mal. Ist das ein Fehlernzeig jetzt? Wir müssen Kisten aufsammeln, ne? Die Zeit, die mitten, die... Warte mal, das heißt nach vorne. Im Gange. Ja, aber... Sind unterwegs. Die Kisten sind das ja nicht. Die Kisten müssen ja im Wasser schwimmen, oder? Die Kisten sind falsch gewickelt. Bestätigt. Cool, die Wahl ist mir gar nicht so richtig aufgefallen. Warte mal, jetzt zeigt es mir das an, dass es hier sei. Jetzt war nicht die Hochgeschwindigkeit. Bestätigt. Hä? Willst du mich verarschen, die Drohne? Die Kisten müssen auch im Berg sein. Volle Kraft voraus. Verstanden. Was ist hier kaputt? Siehst du das auch? Sie geht's mir an, die ist ja jetzt hier. So, wenn ich jetzt hier runtergehe. Volle Kraft voraus. Dann zeigt es mir an, dass es oben sei. Im Gange. Ja. Bestätigt. Jetzt beobachten wir mal die Drohne, was sie jetzt dann zeigt. So, sie zeigt dann an, dass hier irgendwo sei. Und jetzt geht's schon hier rüber. Jetzt geht's schon nach unten. Warte, da oben ist da einer. Suche ich mir die zuerst, vielleicht, wenn hier oben auch eine sein soll. Vielleicht hier die Drohne, äh, die Peilinger hat mein Signal. Verstanden. Da. So, okay. Wir haben es gefunden. Es sei denn, wenn das Ding hier irgendwo bei der Brücke wäre. Hier so ein KMC wegen der Brücke. Die waren natürlich wirklich nicht klein. Gerade eben. Ich fahre da mal um die Bucht rum. Um zu schauen, wie das Signal ist. Und vielleicht, ob ich es jetzt mal sehe. Ich fahre da mal um die Bucht rum. Das Wasser ist nicht klar. Bestätigt. Ne, 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 das wartet gar nicht. Ich muss kurz hier schauen, ob ich jetzt hier ... ... habe ich eine Aufgabe gehabt, ähm, geschafft. Achso, ich bin jetzt ein Ausbott für den weiten Schritt hier, aber ich möchte hier jetzt noch schauen, wo in dieser Kiste ist, also ich zeige mir an, nach unten. So, ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht doch irgendwo hier auftaucht und ich sie sehe. Nach unten immer noch. Ich habe eine Idee, ich kuppel uns nicht kurz ab. So, ein neu ankuppeln. Also so. Koordinaten bestätigt. Hier ist ja nicht wo. Super, also. Das Spiel bin ich wirklich verarschend. So, ich fahre ein bisschen mit mehr Anlauf hier um die Insel. Das ist halt schon wieder rüber. Also, das muss da drüben wo sein, aber da war ja nichts. Da war ja echt nichts. Jetzt reagiert er wieder, als ob er eine Peilung hat. Dann ungefähr die Richtung wieder. Das Spiel bin ich echt verarschen hier. Das ist doch ein Bug, oder? Also, schreibt doch bitte in den Kommentaren, wie ihr das seht. Das muss doch ein Bug sein, oder? Ich fahre nach der Brücke mal. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht das Ding sehe. Ich fahre ein bisschen Kanal raus. Aber es müsste ja hier sein. Hier in der Ecke müsste es irgendwo sein. Sind unterwegs. Hier schlägt es extrem aus, als ob es hier sein müsste. Aber hier haben wir ja Land. Und hier, hier drin geht auch nichts. Bestätigt. Oh Mann, ist das doch Buggy. Ich glaub's nicht. Wir brauchen die Ressourcen, um weiterzukommen. Und die Ressourcen werden uns einfach verwehrt. Das ist doch voll unfair. Das ist doch echt fies. Sorge Sie dafür, dass alles, was auf dieser Insel geschieht, den Vorschriften entspricht. Sehen Sie, jetzt funktioniert es. Ja, eigentlich habe ich schon vor, den Vorschriften entsprechen. Aber... Okay, wisst du was? Ähm... Hatte keinen Sinn, so... Abdocken. Aber es ist die... Die Aufgaben hier, die können, wie gesagt, was bringen. Okay. Ja. Wir kommen hier nicht weiter ohne Ressourcen. Ja. Die kleine Beaumont scheint ganz süß zu sein, aber sie pocht zu sehr. Das erschwert die Arbeit nur. Möchten Sie etwas dagegen tun? Ja. Tun wir die immer ablehnen, leider. Bringt ja nix. Wenn wir die aufräum machen können. Du gehst das Risiko doch ein, oder? Und eigentlich bringt uns das hier, was wir jetzt hier machen, auch nicht wirklich für unseren Auftrag. Boah, das war voll ätzend. Dann hat man einen Auftrag, wie den ausführen. Da geht es aber nicht, weil das Ziel nicht findet. Da habe ich jetzt echt die ganze Zeit da in die Insel rein gelotst, weil kein Wasser war. Dann hatte Sam also recht, was Sie betrifft. Ja, unser Ruf steigt wieder. Ein Auftrag von ganz oben. Hoffentlich betreffen Sie uns nicht. Die Polymerproduktion. Die machen wir ja nicht selbe hier. Das heißt, wir müssen unsere Polymer... Routenübersicht... Falsch. So, ich mach das von zu her. So. Polymere. 5... Okay, das heißt wir müssen hier mehr Polymere herstellen. Damit wir die transferieren können. Damit die Produktion da oben, äh, da hochgehalten werden können. Okay, so. Polymere, okay. Ähm, ja, wir haben zu wenig Grafen. Die können es nur sein. Danke für diese Gelegenheit. Okay, für das brauchen wir die mehr verdienen. Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, ich habe es gerade gemerkt, so. Ähm... Moment mal kurz schauen. Wir brauchen... Plus 5... Wann mach ich das hier? Ist dahinter so okay? Ich würde sagen, dann von hier und hier. Falsch. Neue Transferroute. Und zwar... Von dem... Äh... Dahin... Bestätigen. Verbindung wird hergestellt. Wieso die eigentlich jetzt, äh... Das benötigen würde ich mir auch mal... Wieso haben hier da Leute drauf? Scheint so, ne? Boah, und die haben alles hier zu wenig. Scheisse Strom, alles zu wenig. Äh, sie wollen eine U-Bahn. Eine U-Bahn möchten die? Boah, schaut mal wie unsere... Wie unsere Bilanz hochschiesst, ist ja krass. Okay, die wollen eine U-Bahn. Haben fast nichts, aber eine U-Bahn möchten sie. Na gut. Aber wir haben zu wenig... Aber wir haben zu wenig... Ah... Wie viel brauchen wir das zum nächsten Level? Die Wohnungen steigen nämlich konstant, aber wir haben zu wenig Energie. Wie? Ich weiss ja was, wir fahren jetzt einfach mehrere. Dann sollte die ja eigentlich hier auch steigen. Gut. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Da ist unser Hauptgebäuse jetzt gerade. Oh, nö. Klar. So. Okay. Jetzt müssen wir natürlich wieder schauen. Jetzt haben wir hier eine Explosion. Erneuten Bewohner. Ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Explosion jetzt ist für unser Gesamteinfluss. In der Zahl steigt es natürlich fast nichts, weil die Großen hoch... Also die... Ja gut. Mal schauen jetzt. Vielleicht wird es ja doch jetzt noch besser. Wenn ich auf alle Fälle jetzt wahrscheinlich dann mehr... Häuser... Äh... Mehr Sachen brauchen. Ja. Es war mit Luxuskost. Und wir haben das Upgrade dafür. Ach du Scheiße ey. Die Bewohner... Es verdienen tatsächlich gerade. Vielleicht kriegen wir doch das Level hier voll. So dass wir... Vielleicht doch dann... Äh... Noch ein bisschen Ressourcen dazu kriegen. Das Level Up. Danach ein bisschen was bauen können. Wäre ja durchaus unmöglich. So jetzt schauen wir mal kurz wie das aussieht. Also müssen wir zu wenig essen. Wasser haben wir auch zu wenig. Okay. Alles grafen. So krass ey. Wir können unsere Ressourcen hier nicht gewährleisten. Weil wir auch zu wenig Materialien haben. Äh... Um uns das überhaupt zu ermöglichen. Ich brauche hier jedenfalls 50 Grafen um das Upgrade zu machen. Ach du Scheiße ey. Wir hätten schon ein paar abgeschlossen. Aber... Naja. Und beim... Guck... Vielleicht neue Mission mal kurz schauen. Cassian Industries erwartet, dass dieser Auftrag mit größter Diskretion ausgeführt wird. Die Zentrale wird zufrieden sein, dass die Angelegenheit geregelt ist. Okay. Es scheint mal wieder... Ein Auftrag zu sein, die wir machen können. Ja warte mal. Wie bitte? Gut Level Up. Erreicht neue Stufe. Warte mal! Ja warte mal! Da noch! Okay! Nein, 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 das ist die Sonde! Roger. Habt ihr es jetzt gesehen?! Die letzte Kiste ist mitten im Land. Wir werden schon bald sehen, wer der Bessere ist. Die Innere hier im Land ist die letzte Stufe. Warte mal, noch mal. Warte, das breite ich mal ab. Ja. Das ist irgendwie anklicken, vielleicht doch simp. Jetzt müssen sie unten in der Ecke sein. Ja, das ist doch ätzend sowas, oder? Da. Schaut mal das an. Wie ist denn das für eine Scheiße? Da ist es und ich komme nicht ran. Ach, kacke, aber echt. Na gut, das war dann die Folge schon mal wieder. Und ich würde noch sagen, Bugs, Bugs und noch mal Bugs. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.